Einen wunderschönen guten Tag und schaut doch was ich mitgebracht habe, eine Miezekatze, eine schnurrende, ja, also ich habe hier ein nettes Gebäude, Entschuldigt, das Wackeln am Tisch, das lässt mich ganz verhindern. Wir haben hier von Cegao, was wohl eine Nebenfirma oder eine Schwesterfirma oder irgendwie zu Simbao gehören soll, habe ich den Buchladen, die QL0925, mit einer wunderschönen Anleitung, mit einem total dusseligen Aufkleber drauf. Ich habe den QR-Code, ja, ihr seht, zweite Kratz ist auch da. Ich habe den QR-Code nicht ausprobiert, also wer möchte, dazu diese Facebook-Gruppe. Achso, so eine Mücke und schon bin ich uninteressant, das ist nicht so ein unangspares Feldstück. Ja, also, auf wenigstens Platz. Ich habe dieses Set gebraucht gekauft, recht günstig, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, speziell dieses Set ist fast überall nicht lieferbar, der nicht mehr verfügbar, der zur Zeit nicht liefer war. Teilweise kostet es 150 Euro, teilweise kostet es um die 100 Euro, dazu gibt es auch noch eine Rückseite, da gibt es noch zwei weitere Gebäude, die QL0924 und die 023. Einer ist eine Taverne und der andere ist irgendwie Eckcafé oder so. Sieht insgesamt recht schön aus, auch die Sets sind, wenn überhaupt verfügbar, um die 100 Euro rum. Haben alle 2000 bis 2600 Teile. Und da kommen wir auch schon zu dem einen Mysterium, ich habe dieses Set zweimal gefunden, völlig identisch, aber einmal mit 1967 Teilen und einmal mit 2667, glaube ich, in dem Drehraum. Und mir fehlt der Lebensmut, das jetzt hier nachzuzählen. Ich weiß nicht welches, ich habe sicher mal die niedrige Teilenummer in die Beschreibung geschrieben, vielleicht mache ich einen Schrägstrich und mache dann andere hinten dran. Ich habe es ja im Video erklärt, wo das dann herkommt. Ja, wie gesagt, ich habe das gebraucht gekauft, ich habe auch schon den ersten Bauabschnitt hier verteilt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem ich das gekauft habe aus meiner Community, also vielen, vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast. Er hat wirklich alles in Bauschritte wieder aufgeteilt, also komplett zurückgebaut in Bauschritte. Und sogar die Teile einigermaßen sortiert, sodass die Fliezen, die Laternensteinschen, die Kleinteile in den einzelnen Tüten sind. Sensationell, also echt Respekt für so viel Arbeit. Wir haben hier unsere Grundplatte. Achso, ich habe zwei Tüten dabei mit Blades und so Zeug. Die waren unbeschriftet. Da habe ich jetzt für den ersten Bauabschnitt, ich habe schon vorgelupft, die Grundplatte rausgeholt. Die ist übrigens stapelbar. Also ist keine Baseplate, sondern eine 32x32 Grundplatte stackable. Die habe ich mir hier schon mal hingelegt, den ersten Bauabschnitt. Die anderen sind insgesamt sechs Bauschritte. Der Bauabschnitt, sechs Bauabschnitte. Bauschritte ist was anderes. Ja, die Anleitungen. Achso, wir haben hier Minifiguren dabei. Die machen wir gleich. Wir machen erstmal die Anleitung. Sieht recht übersichtlich aus. Es sind viele Teile. Wir schauen mal nach. Wir gehen mal von 2000 Teile aus. 54 Seiten und 230 Bauschritte. Also acht, neun Teile pro Bauschritte. Das ist nicht wenig, aber es ist halt Modular. Und von daher finde ich das okay. Ja. Wir haben wie gesagt auch viel Kleinkram dabei. Das ist jetzt kein Modular, das man mit Lego vergleichen kann. Oder ich habe euch ja das Urge Aquarium gezeigt, wo wirklich alles gefließt war. Sehr viel mit, also sehr viel mit Prinz gelöst wurde. Ich glaube Prinz gibt es hier gar keine oder nur wenige. Alles was hier so büchermäßig, regarmäßig, soweit ich das wieder fliegen konnte, wurde das alles anhand von Steinen dargestellt. Und nicht mit Prinz auf Fliesen gelöst. Dazu ist der Boden größtenteils genockt. Klar, auf der Stahl sind ein paar Fliesen. Aber sobald ich das gesehen habe, ist der Innenraum, sagen wir mal, es ist old school. Es ist halt nicht alles komplett gefließt. Aber genau deswegen habe ich mir das geholt, weil ich mir das mal so angucken wollte. Ich bin ja auch eher so einer der Fans, die gern gefließte Sachen haben. Fliesen. Teiler. Teiler. Nein. Anleitung haben wir halt an. Nichts Besonderes. Ich finde es schön im Querformat. Ein bisschen mitgenommen, aber nicht weiter dramatisch. Zu den Teilen. Die Fliesenqualität ist okay. Ist kein Go-Prix. Aber sie liegt schon deutlich über China AliExpress Qualität. Also über den Preis von 100 Fliesen zu 1,55. Von daher gehe ich das sehr optimistisch an. Sieht gut aus. Auch die Steine. Hab hier so ein paar größere. Das sieht auch okay aus. Da kann man mit arbeiten. Schauen wir uns mal die Minifiguren an. Es sind 5 Stück dabei. Völlig generftig. Und es sind Figuren. Es sind Figuren, die aussehen wie Menschen. Und nicht wie ein eckiges Glotz mit einem gelben Kopf. Also das sind für mich Figuren. Die sind natürlich generisch. Wir haben zwei Mädels. Drei Jungs. Wir haben ein Mädel von links nach rechts mit einer Handtasche. Dann haben wir hier so einen hübschen jungen Mann. Der die Straße säubert. Der hat auch einen Besen dabei. Hinten haben wir einen Kellner mit einem Cocktailgläschen in der Hand. Ja, das müsste mal gespült werden. Das sieht ein bisschen milchig aus. Dann haben wir hier eine junge Dame mit einem Wassereimer. Was auch immer die mit einem Wassereimer. Und in einem Buchladen. Ja, vielleicht putzt die gerade was. Aber sie hat einen Kochtopf oder sowas vorne aufgedruckt. Ja, und wir haben so einen Bankmenschen. Ich komme mal ein bisschen näher, dass ihr euch das anguckt. Ich muss dann auch mal mit dem Fokus arbeiten. Die ursprüngliche Idee von dieser Platte war ja, dass der Fokus funktioniert. Ich merke, funktioniert das nur bedingt. Also Rückenprint, ich zeige euch jetzt mal eine Exemplare. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe hier die Perücke abgenommen. Aber ich kann euch gleich mal den Kopf zeigen. Hat übrigens keine Noppe obendrauf, sondern einen Schlitz. Also generell umgeht mir hier viele Lego Design Sachen. Sage ich mal so. Und da haben wir hier einen Rückenprint mit Perücke. Ein Strich angedeutet. Mit dem Teil hier bei den anderen ist das ähnlich. So, aber zu den Figuren. Ich bin kein Minifiguren-Sammler. Aber diese Figuren haben schon einige Besonderheiten. Also zum einen, habt ihr ja schon gerade eben gesehen, die Beine hinten sind irgendwie komplett offen. Damit umgeht man wohl die, warum geht der Autofokus nicht? Damit umgeht man wohl das Lego Design Schutz von den Beinen. Das mit dem Fokus ist halt so eine Sache. Ja, ich denke, das ist erkennbar. Dann haben wir die Arme. Die Beine übrigens haben ein Gelenk, dass man sie nach außen machen kann. Das sind so oft Kugelgelenke. Sie können die Hüfte drehen. Die Arme kann man seitlich abspreizen. Und sie haben einen Ellenbogen. Wenn man sie jetzt nicht abgerufen hätte, dann habe ich ja gar nicht in den Arm gebrochen. Eigentlich abgerissen. Also man kann mit diesen Figuren sogar einen Humblemann machen. Also ich finde das klasse. Das sind Figuren. Das ist Spielwert. Das finde ich. Meine persönliche Meinung. Ja. Dann. Freue ich mich jetzt mal auf den ersten Bauschritt. Wir haben kein Vorschaubild, was wir bauen. Oder doch, wir haben. Wir bauen im ersten Bauschritt Das Erdgeschoss. Maul rundherum. So. Die erste Grundetage. Ich habe den ersten Bauschritt abgeschlossen. Und habe das Erdgeschoss soweit durchgebaut. Und wollte ich euch das jetzt mal kurz zeigen. Also. Ich zeige euch einfach mal kurz von außen. Erstmal. Vorne die Front ist noch nicht viel passiert. Ja. Da fliegen zwei Tiefen. Die Dosen. Da weiß ich jetzt mal raus. Hab ich. Also vorne ist noch nicht viel passiert. Da müssen wir noch bauen. Hier haben wir eine. Ich würde sagen. Ungestaltete Seite. Die Rückseite entgegen ist recht schön. Haben wir einen kleinen Garten. Da wurde auch das. Farbmuster ein bisschen wertgelegt. Hier drüben so ein bisschen. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Man verschachtelt auch die Steine. Größtenteils nicht. Das sind einfach. Das sind sechs Blöcke. Nebeneinander. Dafür baut man innen drin einiges. Also wir haben keinen einzigen Print. Alles gebaut. Alles. Haben auch keine Aufkleber. Das ist alles nur gebaut. Das ist einfach nur aus. Lego-kompatiblen Klemmbausteine gebaut. Das ist das. Hier hinten haben wir eine. Eine schöne Registrierkasse gebaut. Hier haben wir so ein Tischchen. Und so ein Bücherregal. Da gehe ich gleich nochmal drauf näher ein. Schöner Tisch. Hier haben wir so ein Zeitumstände. Vermutlich mal. Prospekthalter. Wie auch immer. Hier neben einen kleinen Tisch. Wow. Jetzt geht aber gerade der Fokus weg. Hier so ein kleiner Tisch mit so einem Stuhl. Der eigentlich da drauf liegen sollte. Ich habe eine Noppe drunter gemacht. Und haben da hingestellt. Hier drüben haben wir im Garten. So ein kleines Blumenbeetchen angedeutet. Hier neben so zwei Kästen. Aus dem einen soll eine weiße Fliese rausgucken. Die liegt hier drin. Ich weiß nicht genau was das darstellen soll. Das habe ich zweimal. Deswegen habe ich hier drüben zwei Fliesen drin. Komm doch her. Die sollten eigentlich so schräg in dem Bücherregal stehen. Mit noch zwei weiteren. Die ich aber eins auch dann eingebaut habe. Als Buch. Ja. So weit hatten wir den Bauaufnipps. Jetzt habe ich das Bücherregal. Ich zeige es euch gerade mal. Das kann man recht einfach hier rausnehmen. Das wird nur an zwei Noppen. Die hier neben. Einmal eins. Brick modified. Mit seitlichen Noppen. Wird das hier festgemacht. Aber das haben wir komplett gebaut. Der Bau an sich war cool. Hat richtig Spaß gemacht. Alles auf Einzelteilen. Schön. Der Erkennungswert ist so genial. Also hat Spaß gemacht. Das einzige Problem war. Dass man in der Anleitung nicht auseinanderhalten konnte. Wann man eine Plate und eine Fliese braucht. Wann man die Noppen bei brauen überhaupt nicht sieht. In der Anleitung. Neben schön Leiterechnik gebaut. Also zatzend sind so zwei Zaunelemente. Plate davor hat man eine Leiter. Hup. Da ist jetzt gerade so ein Steinchen weggeflogen. Ist ja ein Ding. Das hat echt Spaß gemacht bisher. Jetzt freue ich mich auf den zweiten Bar. Ach so. Er war wichtig zu vergessen. Also. Ich verstehe an dem Set was nicht. Ich habe hier außen zwei Außentüren. Also. Eine grüne und eine schwarze. Die grüne ist definitiv. Das bleibt sie wenigstens zu. Also beide. Wenn die offen sind. Die schwingen alles hin und her. Wenn man sie zu macht. Halten sie. Gut. Ich habe hier drüben die schwarze Tür. Die geht in einen Raum. Wenn man das so nennen kann. Dreimal sieben Noppen oder so. In dem Raum steht so eine Kiste drin. Und die hat hier so eine Geheimtür. Nenne ich das mal. Weil das ist ja nicht als Tür ergänmbar. Auf dem ersten Blick. Aber in dem Raum kann man auch nicht durchlaufen. Weil direkt hinter der Tür steht diese Kiste hier. Und ich verstehe den Sinn nicht. Man stört mich jetzt nicht. Er ist halt da. Man hat halt noch was hingemacht. Und gut ist. Aber was das ist. Keine Ahnung. So. Ist halt da. Besser wie eine kahle Wand. Ja dann. Das waren die zwei Deko. Übrigens die zwei Dekofliesen. Die stehen hier da. In dieser gebauten Vorrichtung. So was auch immer. Ja. Ich baue jetzt den zweiten Bauabschnitt. Und dann. Haben wir das Erdgeschoss fertig. Wir haben das erste Stockwerk jetzt abgeschlossen. Und wir haben halt hauptsächlich noch. Also hauptsächlich die Front gebaut. Wir haben hier drin ein kleines. Ich hole es einfach mal raus. Ich nenne mal so ein Bücherwagen oder sowas gebaut. Ganz simple. Der steht da drin rum. Ansonsten haben wir innen nichts mehr gemacht. Hier die Treppe haben wir gebaut. Also wir haben die Treppe da hingesetzt. Das ist ein fertig Teil. Ansonsten ging die Konzentration eben hier auf die Front. Und. Die ist gelungen würde ich sagen. Ja das sind die zwei Fliesen die Dekofliesen. Ja die Glasscheiben sind okay. Sie sind nicht hundertprozentig. Aber absolut ausreichend. Die Tür ist wieder vom Blubricks. Ich kipp's jetzt nicht. Sonst kommen mir die Fliesen entgegen geflogen. Ja. Im Prinzip hatten wir ja schon die einzelnen Säulen stehen. Haben dann hier die Elemente gebaut. Und haben die quer verbunden. Also mal was innen zeigen. Das sind praktisch zwei Blöcke. Einmal der hier. Und einmal der. Und eben ja die zwei Fensterelemente mit ein bisschen Dekorung rum. Die werden auf die Jumperplates da unten drauf gestellt. Damit kriegen wir diesen Winkel hin. Und werden dann oben mit dem Querdingern fixiert. Das war ein bisschen tricky das da rein zu kriegen. Auch die ganze Bautechnik. Ist jetzt nicht so das was ich so kenne muss ich sagen. Aber ich kenne auch noch nicht viele. Aber das war ja genau der Grund warum ich das mal ausprobieren wollte. Das funktioniert alles. Das geht alles. Das ist gar kein Thema. Es ist halt nicht ganz so einfach. Ich hatte jetzt hier ein bisschen Stabilitätsprobleme. Mit dem ein oder anderen Teil. Einmal hier von dieser Konstruktion. Da ist eine 1x1 mit Pinaufnahme. Also 1x1 Technikbrick im Prinzip. Und da soll ein Noppe reingesteckt werden in die Technikbrickaufnahme. Oder Pinaufnahme. Und Glemmkraft von Buckley Pudding. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das wurde mir hier so verschachtelt und verklemmt. Dass es nicht weiter aushält. Dann hatte ich hier. Ich hole es jetzt nicht raus. Ich bin froh dass es drin ist und hält. Diese Konstruktion mit dem Buch hier. Das ist übrigens eine Miezekatze. Die hier davor ist. Ich gucke jetzt näher hier rein. Die wird normalerweise einfach nur reingelegt. Da ist hinten dran ein Spalt. Der ist 2x1 Brick. Hoch bzw. breit. Da wird das Buch einfach reingelegt. Und mit dieser Katze hier fixiert. Das hat hinten und vorne nicht gehalten. Und ich habe einen 1x1 Brick mit Knoppenaufnahme hinten quer reingemacht. Das hier klemmt drauf. Und habe das Buch über die Achse da fixiert. Dass das jetzt richtig fest ist. Ja, Y-Laterne haben wir noch. Lattig teilen. Ja, ja. Und jetzt habe ich die Anleitung. Ich habe von dem Bauabschnitt 3 hier vor mir liegen. Also hier oben haben wir noch drauf gefließt. Was ich besonders bemerkend finde. Wir haben alles gefließt. Also hier ist ein einziger Knoppen. Ein einziger Jump-App-Lade. Und hier hinten könnten wir vielleicht noch was. Ansonsten ist das alles glatt. Ich weiß nicht, wie das mir hier drin hält. Wahrscheinlich kommen Steine unten dran. Die das dann hier innen drin fixieren. Ansonsten ist alles sehr, sehr stabil. Ja, und laut Anleitung baue ich jetzt hier das nächste Stockwerk. Zumindest den Anfang gefunden. Das ist auch wie hier so aufgeteilt. Erst Grundplatte, bisschen Innendeko. Und im zweiten, bei dem nächsten Bauabschnitt werden dann die Mauern hochgezogen. Und die Deko außen rum gemacht. Ja, ich habe jetzt hier den dritten Bauabschnitt abgeschlossen. Und man baut das auch komplett separat. Also man baut das Hauptgebäude nicht. Und man baut die Grundplatte. Man baut die Grundplatte. Ich habe jetzt umdrehen, habe ich hier mal die Deko da drin. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich drehe da oben Grundplatte. In einem typischen Lego-Style würde ich fast sagen. Aber dazu fehlt noch ein bisschen Rot und Leim. Und dann setzen wir da die Grundplatte drauf. Ich fange die Innendeko an. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das glänzt ganz gut. Und die Qualität ist wirklich okay. Sie liegt also wirklich deutlich über den billigen China. Qualität. Also überhalb der günstigsten Ware. Und ja. Bobrik-Steine kommen auch aus China. Und die sind halt meistens gut. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir haben jetzt hier so eine kleine Electro-Head gebaut. Das ist ein ganz Clearing-Head-Plättchen. Küchentisch. Warum man da so eine krummige Platte mit diesen. Mit diesen. Ja, was denn das hier. Radaufnahme. Sieglem-Aufnahme. Die hätte es doch gar nicht gegeben. Ohne das Ding. Aber gut. Sie haben die genommen. Ein Kühlschrank. Kleinen. Waschbecken. Würde ich mal sagen. Ja. Das finde ich ganz schön gemacht. Hier drüben ein Badezimmer. Mit einer Toilette. Mit Spülkasten. Nebendran im Waschbecken. Das ich verkehrt gebaut habe. Sehe ich gerade. Da läuft das ganze Wasser raus. Sehe ich gleich mal oben. Hier neben haben wir hier so ein. Ich weiß nicht genau, was ist das. Irgendwas. Seifenspende in 2,20 Meter Höhe. Ja. Hier vorne haben wir so eine Art Erker dran. Ich denke, weil wir über den nächsten Bauchstunden ein paar Scheiben oder so reinkommen. Dass man hier so einen kleinen Vorbau hat. Das zeigt euch auch nur um. Seht ihr das wie das vorstellt. Hier kommt die Treppe hoch. Ja. Jetzt drehe ich das hier nach unten. Wie so. Aber ja. Natürlich ist ein Waschbecken. Das sollte halt schon vorne geschlossen sein. Das kann man wunderbar mit zu zweit bauen. Oder eigentlich sogar mit dem Markt sogar zu dritt. Weil wenn jeder Bauauschnitt oder jedes Jobwerk für sich abgeschlossen ist. Dann, wie gesagt, ich habe das Gebäude jetzt nicht gebaut. Das hätte in der Zeit jemand anderes gebaut. Aber wir machen mal den Test. Wie das hier so aussieht. Hier die Nocke. Hier liegt es einfach nur drauf. Ja. Passt nicht so ganz. Passt genau. Also. Es hält sich stabil. Und es lässt sich einfach abnehmen. So. Ist doch super. Gut. Ja. Das war es auch dann. Erstmal hier an dieser Stelle. Die. Vorordnete 4 bis 6. Werde ich ein extra Video machen. Sonst wird das zu lang. Ich werde die Videos Zeit. Oh. Ich wackele schon ein bisschen am Tisch. Wie bekloppt. Entschuldigung. Ich werde die Videos Zeit einander rausbringen. Ich denke mal zwei oder drei Tage. Damit da nicht so viel Zeit zwischenvergehen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und denkt immer dran. Lernbau Steiner. Verbinden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.